Hier hinter mir steht das Elmex-Zahnmobil. Seit zehn Jahren sorgen Elmex und die Caritas damit für mehr Zahngesundheit bei bedürftigen Kindern und auch bei Wohnungslosen in Hamburg. Also auf geht's! So, wo sind wir jetzt hier? Wir besuchen heute die Kita St. Josef und dort wollen wir den Kindern mal die Zahnarztpraxis näher bringen. Das sieht ja echt aus wie eine Zahnarztpraxis hier drinnen. Ja, das ist es in der Tat. Sie können ja alles machen, was Sie bei einem normalen Zahnarzt auch erleben. Das ist eine richtig coole Sache. Das war aber noch nicht alles, weil das Elmex-Zahnmobil kümmert sich dann auch um diejenigen, die kein festes Dach über dem Kopf haben. Wir fahren mit dem Zahnmobil zweimal wöchentlich zur Alimaus, das ist die Wohnungslosenbetreuung, und behandeln dort Patienten. Okay, und hier wird dann praktisch gebohrt und gezogen. Das ist schon toll, was Elmex und die Caritas hier mit dem Zahnmobil leisten. Jetzt weitet Elmex die Initiative aus und finanziert ein weiteres Zahnmobil für Berlin. Das finde ich sensationell und deswegen unterstütze ich sehr, sehr gerne die Elmex-Initiative.